Gäste, Gäste, Gäste Gäste, Gäste Gäste, Gäste 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 Schauen Sie einmal ganz nach links bitte, ja. Francis, Entschuldigung, würde ich hier einmal reinstehen? Francis! So! Rufi, noch einmal nach die Musik. Komm mal! Rufi! 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 Würden Sie jetzt wieder einen Schritte nach dort kommen? Moment. oste aus Untertitelung im Auftrag des Fiki. Schauen Sie mal gerade vor. Und ein bisschen hier vorne noch mal. Geradeaus, geradeaus. Geradeaus. Einmal geradeaus. Geradeaus, geradeaus. So, genau. Schauen Sie einmal nach rechts, bitte. Ganz nach rechts. Bist du nach rechts? Andere ist rechts. Ja, so. Michelle, Michelle. Schaut doch mal hier. Einmal hier zu uns. Ein bisschen Dynamik brauche ich. Geradeaus, noch mal tanzen. Und tanzen. Oh. Und einmal hier. Und einmal hier. Schaut doch mal hier. Manu. Manu, schaut ihr mal ein bisschen nach links. Manu. Oh. 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 Entschuldigung. Manu. Oh. Da geht's noch. Entschuldigung. Würdet ihr einmal zu vorne, zu mir ab? Ja, ja. Oh. Das ist schön. Also nehmen wir mal. Ja. Kuss. Kuss. Wach, 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 wach. Nicht zu mir. Oh. Wie? Hier noch mal. Hier gerade noch mal. Also, das ist ja so ein bisschen. Oh. Oh. Hier. Herr Postmann, sie kommen da noch ein bisschen hier. So, ich warte mal ein Stück zurück. Sie kenn doch eh keinen Ratsch. Aber ich kenn Sie nicht. Alle drei, alle drei, alle drei. Herr Postmann, schauen Sie mal zu mir hier vorne. Ach so. Hier sind doch alle, alle. Herr Postmann. Schauen Sie einmal zu uns! So, ein bisschen Wuschen, die jetzt zusammen ist. So, so, rein. Ja, genau. Können Sie unten noch ein bisschen ran? Genau. Herr Postmann, gerade vor! Wunderbar! Alle mal zu dem Herrn hier gucken! Herr Postmann! Sie sind in der Mitte und guckt um dorthin! Ich habe ihn in der ersten Zeit vorgemacht, ja? Wunderbar, Dankeschön! Kannst du anrufen? Natürlich! So! Und dann einmal direkt zu mir! Wunderbar! Noch mal hier! Herr Postmann nicht so ernst! Jetzt ist gut! Dankeschön! Herr Tarrach! Herr Tarrach! Grüß Sie! Herr Tarrach! Herr Tarrach! Kommen wir einmal den Blick hier vorne! Ja! Herr Tarrach! Ein bisschen nach links! Herr Tarrach! 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 Ein bisschen nach links mehr! Ja, wunderbar! Dankeschön! Boah! Kommen wir mal entfernt? Ah ja! Wurde doch sagt hier, Autopark, ne? Schauen Sie einmal ein bisschen nach links. Einmal wieder! Mehr nach links, links eindrehen. Ja, genau. So, bitte. Hier, halt, halt. Es war auf der Knochtier. Ah, guck mal, ja. Herr Fürther, Entschuldigung. Schaust du noch mal hier rein? Entschuldigung. Ja, andere weiter, ein bisschen nach links schauen. Bisschen den Blick nach links, ja, roll. Ja, und jetzt noch eins weiter. Schauen wir mal. Schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. Zei, schauen wir mal weiter. Osterbäder, so, Schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. So, und einmal rüber. Schaut mal hier zu uns, mit dem Dick nach links. Einmal hier rüber nach. Schaut mal hier zu uns, hier links rüber. Genau das ist die tollen Jungs. In den Beinen. Dann macht es vorbei, mit den Beinen. Einmal hier. Und wieder vorne. So. Jetzt der Fokus auf mich. 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 Lisa, bleib bei dir mit uns. Das ist alles weg. Wir auch. Wir aus. Was denn? Lisa, dann war der Augen Sonntag. Lisa, noch einmal der Augen Sonntag. Einmal der Augen Sonntag. Lisa! So, hier. Einmal hier anfangen. So. Komm, jetzt war es in der Suche gleich. Das ist alles. So, wir gucken mal ganz schnell weiter. Ja. Ganz schnell. Hallo. 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 Morgen. 向co, guck mal. Die прошreiona parallel. Kannst du ja ein Schritt zu nach Dorte kommen? Genau so. Stopp, stopp, stopp. Jetzt dos, stopp, stopp, stopp. So, zu mir hier. Kurz rum. Mal zurück da. Und jetzt dreht beleuchtet? four. sauceeniih ça administré. Es ist schätzlichkeit. Ja. Ja. Es istöyle incorporation. Ja. Ach so, ähm, die Rufkundsau oder? Ja, ich kann mich den Hammer so verkaufen, weil ich was zu kaufen möchte, das ist für die Fahrzeuge, wenn sie den Rufkund hat, dann ist das super. Aber dann ist es für die Fahrzeuge, wenn sie auch mit dem Fahrzeuge, dann ist es für die Fahrzeuge. Dann muss ich sagen, was du kennst, aber ich habe das für die Fahrzeuge. Vielen Dank.